Der heutige Donnerstag wird der kälteste Tag der Woche erst einmal sein und in einigen Regionen sogar der kälteste Tag des Winters bisher. Nach der sehr eisigen Nacht geht es heute nur schleppend rauf mit den Temperaturen gut und warm einmummeln. So sieht es aus vom Wetter her. Wir haben es erst einmal mit vielen Wolken und auch Nebel zu tun. In der Südhälfte sind die Wolken kompakter und es fällt ganz vereinzelt ein bisschen Schnee. Das ist eher so leichter Schneefall oder Schneegrieseln. In den Alpentälern gibt es ein paar Chancen auf Sonne und auch im Westen, wo wir die eisige Nacht hatten, hier steigen ebenfalls die Chancen auf Sonnenschein. Bis zum Nachmittag haben wir dann hier öfter mal Sonne, ein paar dünne hohe Wolkenfelder, die durchziehen. An der Ostsee im äußersten Osten so rügend, zingend Richtung Stettinerhaft. Da kann sich mal die Sonne zeigen. Ansonsten bleibt es oft trüb, vereinzelt mit ein bisschen Schneefall. Der Wind ist schwach unterwegs. Im Süden kommt er zunehmend aus westlichen Richtungen. Im Norden aus östlichen Richtungen und er frischt hier immer mehr auf und er transportiert also von Osten die kalte Luft dann weit westwärts. Und es wird kalt bleiben. Die Höchstwerte liegen verbreitet zwischen minus 2 und minus 6 Grad in der Mitte und im Norden. Richtung Saargau und Richtung untere Donau, da können es auch mal minus 1 oder 0 Grad werden. Aber diese Kältezunge, Sie sehen es hier, die gräbt sich nach Westen voran und das könnte auch das Zünglein an der Waage sein mit dem Freitag und dem Samstag, gerade übermorgen, wenn dann die mildere Luft herangezogen kommt. Schauen wir noch auf die gefühlten Temperaturen. Die liegen deutlich unter den gemessenen Werten. Es sind verbreitet im Nordosten minus 8 Grad durch den Wind und die vielen Wolken, selbst wenn mal die Sonne rauskommt. Und am mildesten gefühlt ist es im äußersten Südwesten mit minus 1 Grad. Und was heißt das? Gerade in den Frühstunden, man kann den Gefrierschrank abtauen, aber man sollte ziemlich schnell sein, weil so richtige Eisschranktemperaturen sind das ja nicht. Es ist zwar kalt, aber für Eisschrankabtautemperaturen für einen längeren Zeitraum bräuchten wir ja rund minus 20 Grad.